Überfordere deinen Sprachapparat nicht, Starscream. Megatron hat schon immer den besseren Deal erkannt, wenn er... Er hat Recht. Du entscheidest nicht über mein Schicksal. Ich entscheide über deins. Ach, treuloser Narr! Den zeitlichen Ablauf zu verändern, wird dich nicht vor Unicron schützen. Er wird auch dich verfolgen. Da ich lieber sterbe als zu dienen, werde ich mich ihm vielleicht einfach ergeben. Und wenn auch nur, um der Schöpfer von Galvatrons Qual zu sein. Ich hab versucht, dich zufahren! Oder warum denkst du, haben wir dir durch diesen idiotischen Predacon die goldene Scheibe bringen lassen?